Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Heute geht es um ein Thema, über das viele nicht so gerne sprechen. Stellen wir uns vor, Sie entdecken beim Gang auf die Toilette Blut, das vom Analbereich kommt. Ist das jetzt schlimm oder geht es von allein wieder weg? Fakt ist, Blut von dieser Stelle ist ein Hinweis auf viele verschiedene Erkrankungen und wir wollen Ihnen heute einen Überblick geben. Bei mir ist Dr. Thomas Mansfeld, er ist Chefarzt der Viszeralmedizin an der Asklepios Klinik Wandsbeck. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Mansfeld. Ja, freue mich. Blut vom Enddarm, vom After, was kann das alles sein? Ja, Sie haben es schon gesagt in Ihrer Einleitung, das kann sehr viele verschiedene Ursachen haben. Man muss zunächst unterscheiden zwischen gutartigen und bösartigen natürlich. Und da gibt es im gutartigen Bereich zunächst mal im Wesentlichen drei verschiedene Ursachen. Das sind zum einen die sogenannten Hämorrhoiden, das hat sicherlich jeder schon mal gehört. Dann gibt es, was wir nennen als Analfissuren, das heißt Risse in der Schleimhaut im Bereich des Anus können die Ursache sein. Oder auch in seltenen Fällen mal Fisteln und Abszesse in diesem Bereich. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass natürlich Blut im Analkanal oder beim Toilettengang etwas ist, ein Umstand ist, dem man nachgehen muss. Man sollte das nicht auf sich beruhen lassen, außer es ist ein- oder zweimal gesehen worden und dann nicht wieder. Man muss das klären, woher es kommt. Und dazu zählt eben auch, dass man sicher ausschließen kann, dass es vom übrigen Magen-Darm-Trakt kommt. Denn es kann grundsätzlich Blut aus dem gesamten Speiseröhren, Magen- und Darm-Trakt stammen. Wenn man nun zunächst bei unten beginnt, weil es vielleicht hellrotes Blut ist, dann sind wie gesagt schon die häufigste Ursache die Hämorrhoiden. Das sind im Grunde genommen so erweiterte Venenpolster. Das ist ja sehr an dieser Schließmuskel, dieser äußere Schließmuskel ist ja ein sehr, sehr filigran aufgebauter Apparat. Und da gibt es eben verschiedene Mechanismen, um den Verschluss zu gewährleisten. Den Verschluss zu gewährleisten, damit nicht der Stuhl ständig rausläuft. Und einer dieser Mechanismen ist eben, dass dort Hämorrhoidal-Polster liegen. Das sind Venenpolster, die sich eben an- und abschwellen können und den Verschluss sicher gewährleisten. Und die können nun aber zum Beispiel durch Drucksteigerungen im Bauch oder auch einige sagen durch scharfes Essen, durch verschiedene Ursachen, die wir auch vielleicht zum Teil gar nicht immer kennen, können die sich erweitern und können größer werden, können dann eben anfangen zu bluten und treten als Blutung auf. Also als äußerlich sichtbare Blutung auf. Wenn sie dann weiter sich ausdehnen und größer werden und sozusagen einfach expansiv sind, können die sogar richtig bis nach außen vor den Schließmuskel hin auftreten. Dann sprechen wir von Hämorrhoiden dritten Grades. Das ist immer ein Grund, eine Operation zu machen. Das heißt, diese ein bisschen zu reduzieren. Und die dann, die noch innen drin sind, aber vergrößert sind, die nennen wir ersten und zweiten Grades, die werden meistens mit Salben oder Gummibändern oder vielen verschiedenen nicht operativen Behandlungsmethoden behandelt. Wenn wir nochmal auf die Symptome kommen. Blut vielleicht? Auch noch andere Symptome? Ja, grundsätzlich. Schmerzen sind eher selten. Schmerzen treten dann auf, wenn die wirklich groß geworden sind und ausgetreten sind und unangenehm werden. Es kann aber auch einfach zu Schmieren kommen, so schmierige Sekretionen im Analbereich. Aber in der Tat sind schon das häufigste Symptom sind schon die Blutungen. Und Sie sagen, Salbe reicht? Es gibt, wie gesagt, vier Stadien. Die sind sehr unterschiedlich ausgeprägt. Stadium 1 ist praktisch kaum sichtbar. Die füllen sich nur wieder und füllen sich wieder, gehen wieder weg. Stadium 2 sind welche, die mal, die etwas größer sind und praktisch aber sich auch immer wieder zurückbilden können. Und Stadium 3 und 4, 4 sind die, die nicht mehr reingehen und 3 sind die, die immer mal rauskommen, aber sich wieder zurückdrücken lassen. Und es gibt sehr viele verschiedene Behandlungsmöglichkeiten von konservativ mit Salben, Gummibändern, interventionell sagen wir dazu. Jetzt muss ich doch fragen, Gummibänder, da geht die Fantasie ja nun los. Was hält denn das Gummiband? Das ist relativ einfach. Da mit dem Gummiband nimmt man, also man nimmt mit einem speziellen Sichtgerät, geht man hinein in der Nake, alles tut auch nicht weh, sieht einen solchen Knoten, einen solchen Hämodaliknoten, der wird dann mit einer Zange gegriffen und da wird ein Gummiband drüber gestülpt. Und das führt dazu, dass diese Knoten dann verödet praktisch und abstirbt. Und das ist eigentlich im Stadium 1 und 2, also beziehungsweise 2, 1 muss eigentlich gar nicht behandelt werden, 2 ist das eigentlich ein sehr gutes Verfahren. Und dann die operativen Verfahren sind eben für die Stadien 3 und 4 dann vorgesehen. Da gibt es verschiedene Formen, da gibt es eben ein operatives Verfahren, das alle drei, drei große Stellen sozusagen gleich operieren, operativ behandeln kann. Und es gibt noch ein Verfahren, das praktisch nur ein einziges Segment entfernen kann. Es ist nämlich so, dass die Hämorrhoiden grundsätzlich an drei Stellen auftreten können, aber nicht immer müssen. Also wir müssen halt sehen, wie der Befund ist, ob wir nur einen Hämorrhoidalknoten haben oder eben zwei oder drei. Und danach muss halt das Operationsverfahren entsprechend angepasst werden. Das ist aber eine sehr filigrane Entscheidung. Das kann häufig auch erst intraoperativ richtig geklärt werden, wenn wir sehen, wie das genau konfiguriert ist. Wie lange dauert die OP? Ja, das hängt aber in der Regel so 20 Minuten, Viertelstunde bis 20 Minuten. Macht man die bei Narkose? Ja, das muss in Narkose gemacht werden, weil wir eine vollständige Entspannung brauchen, damit der Schließmuskel nicht beschädigt wird bei der Operation. Das ist schon wichtig. Am Anfang sagten Sie, die kämen ja relativ häufig vor. Man hört gerade auch so von der Altersklasse 45 bis 65, glaube ich, viele Millionen Menschen in Deutschland. Kann ich durch meinen Lebensstil Hämorrhoiden vermeiden? Ja, sie sind, wie gesagt, entstehen gerne durch Druck im Bauch. Das heißt, wenn man eine gewisse Art Depositase oder eine gewisse Fülle hat, dann kann das schon dazu führen. Dann wird scharfes Essen oft angeschuldigt, Hämorrhoiden zu produzieren. Und ansonsten aber ist es natürlich sehr stark auch eine, wie sagt man, eine Veranlagung. Ja, wo die Eltern schon hatten, dann ist die Chance. So Bindegewebsprobleme, das ist das Gleiche wie mit dem Leistenbruch. Da wissen wir auch nicht genau, woher er kommt und wie wir ihn vermeiden können, wissen wir eben auch nicht. So ist es ein bisschen mit Hämorrhoiden auch. Sicherlich sitzende Tätigkeiten und Druckerhöhung von oben. Das fördert durchaus schon die Entstehung von Hämorrhoiden. Lassen Sie uns über eine andere Krankheit sprechen, die nicht so häufig ist. Fissuren. Hatten Sie ja schon angesprochen, Risse in der Schleimhaut, in der Haut. Ja, Fissuren sind durchaus auch häufig. Sie bluten aber nicht so häufig. Fissuren sind Schleimhautrisse, die praktisch im Sinne einer chronischen Narbe abheilen können in diesem Bereich über dem äußeren Schließmuskel sozusagen. Die Schleimhaut reißt ein und heilt dann ab in einer narbigen Form. Kann aber immer mal wieder auch zu Blutungen führen. Kleinere Blutungen dann in der Regel. Was da das Leitsymptom ist, das sind die Schmerzen. Die Patienten haben sehr viel Schmerzen. Das tut weh und ist sehr unangenehm. Und letztendlich ist die Ursache meistens ein sehr starker Druck des Schließmuskels, der das irgendwie unterhält. Nicht diesen Riss und diesen chronischen Riss praktisch immer wieder zum Entstehen bringt. Das ist auch ein sehr schwieriger pathophysiologischer Mechanismus. Aber die Therapie besteht da zunächst mal in der Gabe von Nitroglycerinsalbe. Interessanterweise, das ist das gleiche wie bei den Herzkranzgefäßen. Das erweitert, entspannt die Muskulatur und führt dazu, dass diese Fissuren in einem großen Teil abheilen können. So lassen sich 90 Prozent dieser Probleme behandeln. Bei ungefähr 10 Prozent muss man dann doch eine kleine, ganz kleine Operation machen. Da wird dann diese Narbe praktisch weiträumig ausgeschnitten, ohne den Schließmuskel zu beschädigen oder ähnliches. Und dann, wenn das abheilt, hat man eine sehr gute Erfolgsrate. Da kann ich mir aber vorstellen, dass das eine Zeit dauert, oder? Und das ist ja unbequem für den Patienten. Liegt der auf dem Bauch? Das ist nicht schön. Nein, nein, nein. Der kann rumlaufen. Das ist ein ambulanter Eingriff. Man kann natürlich rumlaufen, man kann auch sitzen. Manchmal muss man so spezielle kleine Gummiringe haben, auf denen man sitzt. Aber grundsätzlich ist das keine, sag ich mal, ernste oder schwerwiegende Erkrankung. Das heilt halt ab. Das muss ordentlich gepflegt werden immer. Das muss geduscht werden. Und es dauert einfach sechs Wochen. Aber es wird im Laufe der Zeit immer weniger und wird immer kleiner, zieht sich zusammen. Und das ist praktikabel. Was heißt denn das für die Ernährung in der Zeit? Das habe ich mich auch schon bei den Hämorrhoiden gefragt. Also in der Zeit, in der es abheilt. Gar nichts. Das bedeutet gar nichts. Das ist natürlich so, wir können ja nicht vermeiden, dass, also das ist ja kein aseptischer chirurgischer Eingriff im Sinne eines Knochenersatzes oder eines Gelenkersatzes. Das ist ein Eingriff, der im Stuhlmilieu stattfindet. Und das scheint der Darm auch zu wissen, denn wir operieren immer ohne, dass große Darmvorbereitungen notwendig sind. Da wird lediglich der Enddarm gereinigt. Bei diesen kleineren Eingriffen, der Enddarm wird gereinigt. Und dann ist der nächste Stuhlgang schon nach drei Stunden, kann er wieder sein. Und das heilt trotzdem alles ab. Wir haben ja bisher über die gutartigen Erkrankungen gesprochen, die zu Blut am Analbereich führen können. Es gibt ja aber auch bösartige, das Enddarmkarzinom. Was können Sie uns dazu sagen? Ja, das ist natürlich die ganz große Angst, dass man, dass ein Enddarmkrebs übersehen wird, weil man annimmt, dass es sich um Hämorrhoiden handelt. Das kann nämlich durchaus auch beides mal vorkommen. Aber wenn der Enddarmtumor blutet, dann ist natürlich ganz dringend wichtig, eine vollständige Darmspiegelung zu machen, Proben zu entnehmen von diesem Tumor, den man sehen kann, dann meistens zu bestimmen, was das für ein histologischer Typ ist und davon eben die Entscheidung abhängig zu machen, welche Therapieform gewählt wird. Da ist es so, dass es gibt diese sogenannten Analkarzinome, die sind sehr, sehr selten eigentlich, kann man sagen. Das sind Karzinome, die in der Regel nur bestrahlt werden. Und dann gibt es aber die typischen Enddarmkarzinome, das sind Schleimhauttumoren aus dem Enddarm. Die müssen in der Regel vorbestrahlt werden, werden vorbehandelt mit einer Strahlenchemotherapie und dann aber auf jeden Fall unbedingt operiert werden. Das ist der allerwichtigste Schritt in der Behandlung. Und diese Operation erfolgt dann eben, nachdem die Bestrahlung erfolgt ist, meistens bei uns auf dem laparoskopischen Wege, also das heißt mit einer Bauchspiegelung, mit einer Schlüssellochchirurgischen Maßnahme, wird da dann dieser Tumor vollständig entfernt und wird, dann versuchen wir natürlich immer, das ist die entscheidende Frage, kann man da den Wiederanschluss machen? Also kann die Stuhlgangspassage erhalten bleiben oder muss ein künstlicher Ausgang gelegt werden? Und es ist inzwischen, die Technik ist so weit fortgeschritten, dass ich eigentlich schon sagen kann, dass wir in über 90 Prozent der Fälle, natürlich abhängig von der Lokalisation, in über 90 Prozent der Fälle durchaus den Schließmuskel erhalten können und praktisch keinen künstlichen Ausgang anlegen müssen. Das ist eine gute Nachricht. Ja, das würde ich, das ist ein großer Fortschritt der Anatomie, der ganzen Forschung, der chirurgischen Technik, das haben wir in den letzten Jahren schon durchaus geschafft. Wie gesagt, nicht immer, aber überwiegend, weit überwiegend. Man sagt ja immer, Darmkrebs lässt sich verhindern, wenn man ihn früh erkennt. Gilt das auch für diesen Bereich? Das gilt natürlich auch, was gesagt worden ist und was gesagt werden kann für die Vorsorge Darmspiegelung. Das gilt natürlich auch im Enddarmbereich, denn natürlich geht die Vorsorge Darmspiegelung durch den Enddarm in den Rest des Darmes und wenn dort Veränderungen sind, können die natürlich genauso mitgesehen werden. Denn auch das Enddarmkarzinom, also der Enddarmkrebs, entsteht über Polypen. Über Polypen, die sich langsam umwandeln, im Laufe von Jahren umwandeln in einen bösartigen Tumor. Und wenn man die halt entfernt, kann die Entstehung dieses Tumors verhindert werden. Und deshalb immer wieder der Appell, jeder über 55 darf eine Darmspiegelung haben. Patienten, die Blutungen haben, was unser Thema jetzt ist, die bekommen auch natürlich in jüngeren Jahren, die können schon mit 20 eine Spiegelung bekommen, wenn das angezeigt ist. Genau, wo dann auch die Polypen gleich mit entfernt werden und so diese Entstehung von Darmkrebs verhindert werden kann. Wie hoch ist denn die Rückfallquote bei dem Enddarmkarzinom? Ja, nach der Vorbehandlung ist es so, dass wir über alle Stadien eine Rückfallquote, also eine Lokalrezidivrate haben. Das heißt, dort unten in dem Bereich tritt es wieder auf, von um die sechs Prozent. Das ist sehr entscheidend. Sechs bis acht Prozent. Das hängt sehr entscheidend ab von der chirurgischen Technik, die sich auch in den letzten Jahren sehr subtil verbessert hat und die sehr standardisiert inzwischen verlaufen ist. Wir kennen jetzt sehr genau die Gesamtanatomie da unten. Und da sind viele Dinge beforscht worden und da hat sich erheblich was verbessert. Wie gesagt, sechs bis acht Prozent. Zusammen mit der Vorbestrahlung kann das erreicht werden. Das Problem sind natürlich die Metastasen in anderen Organbereichen, die wir durch die lokalen Maßnahmen nicht beeinflussen können. Und die treten nach wie vor auf in einem gewissen Prozentsatz. Das heißt, wie oft muss sich dann der Patient bei Ihnen oder in welchem Zeitraum muss sich dann der Patient in welchem Intervall wieder vorstellen? Der Patient bekommt ja auf jeden Fall ein Nachsorgeschema mit, wenn er operiert worden ist. Da steht genau drauf, wann er gespiegelt werden muss, wann sonografische Kontrollen gemacht werden müssen, wann die Tumormarker kontrolliert werden. Das machen dann die Onkologen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten in diesem Bereich. Die achten dann darauf, dass diese ganzen Untersuchungsintervalle eingehalten werden. Das ist ungefähr, ich glaube, das ist im halben, alle nach einem halben Jahr eine Darmspiegelung, dann sind es sonografische Kontrollen und so weiter und so weiter. Und in diesem Verlauf der fünf Jahre erfasst, also wo fünf Jahre vorgeplant ist, was gemacht wird, da wird eigentlich immer erfasst, wenn ein Problem wieder auftritt. Vielen Dank, Herr Dr. Mansfeld, für dieses Interview. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesung oder auf YouTube. Machen Sie es gut.